dass wir die Fehlerquote jetzt erhöht haben. So, Exit. Bewaffnung. Können wir da irgendwas ändern? Die benutzen ein Koordinatensystem. Wenn wir die Fehlerquote erhöhen, treffen die Raketen nicht, oder? Ja, das habe ich gerade gemacht. Gut, dann haben wir doch richtig gemacht. Immer einmal simulieren. Oh, okay. Ok Ja, ja gut Mehr können wir ja eh nicht machen Wir kommen mal in die Ding nicht rein Deswegen hoffen wir mal Dass das jetzt so passt Da steht da schon wieder jemand Wer sollen die Koordinaten Für die Raketen durchgeben In Ordnung Ach, ok Eingewechselte Wache Wer war dieser Kleine? Den kenne ich gar nicht Da hat jemand Verdacht geschöpft Vorbereitung beendet Vorbereitung ebenfalls beendet Wir hatten zwar kleine Probleme Aber der Plan wird durchgeführt Wir sind etwas in Verzug Bereitet die letzten Schritte Zum Start der Raketen vor Jawohl, Sir Jawohl, Sir Hier ist der Kontrollraum Die letzten Schritte Für den Abschuss werden eingeleitet Das Personal auf die Posten Und den Abschuss vorbereiten Ende der Durchsage Ok Was ist? Hey ihr, was wollt ihr hier? Wir sind hier, um die Koordinaten Der Raketen durchzugeben Gut Keine Bewegung Ich habe es gewusst Ihr seid also die Eindringlinge Widerstand ist zwecklos Der Grund von eben Der Gruß von eben War nicht galbadianisch Ups, erwischt Naja, immerhin sind wir bisher gekommen Dann wollen wir mal Was tut ihr da? Boah Transformation Taday Hier kommt Selfie Endlich kann ich sie ausziehen Diese Uniform hat widerlich gestunken Ja, ich hoffe es reicht Was wir getan haben Außer wir können noch mal Irgendwie was machen Schauen wir mal So Leute Schluss mit den Spielchen Wir hauen erstmal wieder die platt Die sind Glaube ich Immer noch Schwächer Witz Au Wir können was einlagern Was neu ist Was haben wir denn? Kung Fu Kommen die vom Garden? Ja Ja Exakt Die sind wirklich stark Natürlich Sind auch Seeds Wir müssen wir später eh platt machen Ah cool Der pennt erstmal Sehr gut Los Selfie Schläfer den auch ein Nee Gut dann Können wir erstmal Er ist wieder aufgewacht Nee ist er nicht Verdammt Ich finde es lustig Ja dann können wir doch hier ein bisschen jetzt mal ziehen Und zwar können wir das ein bisschen Wir machen einmal das Dann Kung Fu auf den Jetzt ist er auch ein bisschen Langsamer Langsamer Das hat halt nicht funktioniert Ah ja Er pennt immer noch Ja ich werde jetzt Äh hier Nicht ewig lang Das Zeug ziehen Denn Es ist ja nicht so Spannend Dann werde ich wieder Offscreen machen So er schläft schon wieder Und das nicht mehr so einfach gehen würde Und down ist er Sehr gut Wunderbar Aber jetzt sind wir entdeckt worden Was wiederum nicht so schön ist Dann erst mal Er hat zum Glück mal wieder den bekommen Oh Uh Cressor Cuttle Siren Brothers So Lasst uns jetzt die Raketen stoppen Und diese Basis zerstören Hier müssten wir den Eingriff stoppen können Lass uns den Raum durchsuchen Alles klar Was ich vorher machen werde Erst mal Das hier lernen Ähm Und dann will ich mal gucken Wie kann ich denn Ability Wie kann ich denn Karten Ver Umwandeln Hm Ich da irgendwas Ach Hier kann ich Hier Ah Das hat er gemeint Mit Kampfgeschwindigkeit Okay Gf Cressor Cuttle Er zeugt Etems aus Karten Eten Ähm Hm Hm Ich hab leider keine Ahnung, wie das funktioniert Okay Ähm Falls mir jemand sagen kann, wie ich Kartenmandler benutze Ich weiß es nicht Er ist mit sehr gekoppelt Ich kann nur mal probieren GF Optimal Oh Verwandelt Monster zu Karten Ich hab keine Ahnung Mir wurde gesagt, ja, dass ich Die Diablos Karte Zu Items machen soll, ich hab keine Ahnung, wie es funktioniert Ähm Das war's doch nicht Okay, das war's nicht Das hier eventuell Hey, da ist es Ja, sehr gut, Sir Mhm Und das war's So, jetzt nur noch die Selbstzerstörungsanlage Die Selbstzerstörungsanlage Die Selbstzerstörungsanlage scheint aber nicht hier zu sein Ja, das könnte hier drin sein Oder? Da haben wir den Auslöser Ja, ich bin gut Das muss ich so Und Huch Muss ich die Zeit eingeben Okay Wir lassen uns ein bisschen Zeit Das muss ich so Und Selbstzerl Ja Das Personal wird umgekehrt Ich wiederhole Lasst uns jetzt von mir verschwinden Ja, machen wir Hätte bestimmt auch in 10 Minuten geklappt, aber Ich weiß nur, was jetzt kommt gleich Und äh Ich hab da gerne ein bisschen mehr Zeit Für mich Zum Flü- Flühen Fliehen So Hm Und jetzt hoffe ich, dass Selfie das Übersteht gleich Vorher nochmal fighten Natürlich mit Zeit Achja, das ist immer wieder schön Aber es muss einer, der Da könnte keine Probleme machen Eigentlich Ja, das war's schon Gut Oh Moment Ich hab glaub ich was vergessen Äh Ist vielleicht blöd, dass... Ne, hab ich noch... Okay Ja, war blöd, das jetzt zu kontrollieren Wieso kommt mit Deep Sailor so bekannt vor? Hehehehe Hehehehe Es ist noch nicht Vorbei Oh, Niesen Okay W- Was war das? Ne, was, 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 was? Was war das für ein Geräusch? Ja, finden wir's raus Alle fliehen? Noch mehr fliehen? Noch mehr fliehen? So Jetzt kommen wir... Äh, das Bild ist schon wieder... Gut Oh oh Ging das jetzt gut? Boah Wir können euch nicht am Leben lassen Was soll ich denn Edia sonst sagen? Sie wird mich dafür bestrafen Hey Leute, seid ihr bereit? Jawohl! Okay, zeigt, was ihr könnt Ich hoffe, die Raketen sind jetzt nicht eingeschlagen Und ich hoffe, ich werde diesen Kampf überleben Na gut, schauen wir mal Äh Hier Äh Shit Ja, das ist jetzt problematisch mit Selfie Deswegen muss ich mit ihr leider auch GFs aufrufen, dass die ein bisschen mehr geschützt ist Und hoffen, dass ich das hier wieder nicht verkacke Und hoffen, dass ich das hier wieder nicht verkacke Wie jedes Mal 150, sehr gut Komm, komm, komm Ja, das ist nicht mehr schlecht Ja, das ist nicht mehr schlecht Ja, das ist nicht mehr schlecht Könnt besser sein Es ist ein bisschen weniger Und es ist nicht mehr Und es ist nicht weniger Ach komm schon! Nichts sonderlich stark. Oder ich probier einfach mal, was passiert, wenn ich normal angreif. Aber erst mal kriege ich das Sturm zu. 156 geht es zu schlagen. Boah, Gott. Ja, sehr gut, sehr gut. 174. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das sieht doch schon besser aus. Gut, das war Nummer 1. Das ist Nummer 2. Autsch. Die Strahlenkrone fertig, das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Komm, 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 komm. Boah, das war wieder knapp. 177. Ja, ist halt heiß. Ja, haut trotzdem ordentlich rein. Sehr schön. Ja, aber noch einer kaputt. So, wir sollten lieber flüchten. Kommt gar nicht in Frage. Ja, abwarten. Ach so, ja, das ist nur Kapunkle. Das bringt wahrscheinlich aber zum Heilen nachher nichts. Ich hab bloß Angst vor der Strahlenkanone. Genau. Wobei das jetzt nicht wirklich viel Playa ist. Uh, ein kurzer Kalle ist fast am Arsch. Vielleicht reicht's aber, ja. 123, sehr schön. Na? Ja. Ja. Ja.